Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 4. Ich bin der Leader der Zombie Cowboys und ich habe heute ein ganz tolles Video vorbereitet. Lege die weiteste Distanz im freien Fall zurück, bevor du deinen Fallschirm öffnest. Ob ich es schaffe, diese Herausforderung anzunehmen? Ja, das schauen wir jetzt mal. Hier unten rechts im Bild seht ihr den Leader der Zombie Cowboys. Also meine Distanz, die ich hier langsam zurücklege in Metern. Und ihr seht die Zahl, sie steigt immer mehr an. So, und jetzt können wir auch mal in die Person-Ansicht wechseln. Und ihr seht, die Zahl wird immer höher und höher und höher und höher. Und lieber Sir, Viewer, ich mache dich fertig. Du wirst bluten. Komm, Bitch. 1.200 Meter, 1.300 Meter, 1.400 Meter, 1.500 Meter. Mein Sieg ist nah, aber noch weit entfernt. So, jetzt muss ich aufpassen. Oh, Bitch, komm schon. 1.900 Meter, 2.000 Meter, 2.000 Meter, 2.000 Meter, 2.200 Meter. Ich schaffe das, ich gewinne. Öffne den Schirm, Bitch. Habe ich gewonnen? Nein! Ich habe den Fallschirm zu spät. Oder zu früh? Spät, zu früh. Zu früh gezündet. So eine Scheiße. Nein, ich bin nur Platz 2, Alter. Das ist eine Niederlage für mich. Aber ich sehe diese Niederlage als Neuanfang an. Und nicht als, ähm, 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 wie sagt man, als, äh, Verlust, als, äh, als, äh, ja. Und wisst schon, was ich meine. Nehme ich mal an. Egal. Wir lassen uns, aah. Komm. So, Crack, Crack, Bitch. Crack, Bitch. Bleib stehen. Dritte bei. Dritte den Zombie Cowboys bei. Kollege. Ich bin der Präsident. Du hast mir zu gehorchen. Okay, das ist krass. Ich habe dem gerade fünf Schrotkugeln in den Rücken geschlossen. Und, äh, die, äh, die Person, die lebt hier immer noch. Aber wahrscheinlich ist der auf, äh, Kokain oder auf, auf was anderem. Auf Heroin. Und das in meinem Los Santos. Renn. Renn. Lauf. Lauf um dein Leben. Es wird dir nichts bringen. Meine Gnade. Meine Rache. Wird unermesslich sein. Komm, renn. 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 Okay, du hast genug gerannt. See you later, Bitch. Perfect. Wir haben den Feind ausgeschaltet. Okay, das ist krass. Sie ist auch lebt immer noch. Letzter Schuss. Das war böse. Das war richtig böse. Schön in den Rücken rein. Ich glaube, wir machen noch einen letzten Schuss. Und, ähm, ich sage auf jeden Fall, ciao. Wir haben zwar verloren in diesem, äh, in dieser Mission weiteste Distanz zurücklegen. Aber wir haben wieder einen Nicht-Zombie-Cowboy-Mitglied hier hingerichtet. Und das ist gut so. Und nochmal an die Hater. An jedes Hater-Kommentar. Es werden 40 neue YouTube-Videos auf meinem Zweit-Channel hochgeladen. Als Rache. So. Ciao. Und bis zum nächsten Mal. Euer 2 Gamescom auf der Playstation 4. Ciao.